In dem Video erwartet euch die aktuelle Spawn Location, die am 17.10.2022 stattfinden wird. Und wo das Ganze sein wird, das erfahrt ihr nach dem Intro und let's go! Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal Leute. Und zwar zeige ich euch jetzt heute die aktuelle Location vom 17.10.2022, das zeige ich euch heute. Und das Ganze ist ganz easy. Ich befinde, geht relativ in den Norden hoch. In der Nähe von Paleto Bay befindet ihr ein kleines Camp. Das nennt sich das Alturistenkult, beziehungsweise kennt ihr das Safe aus der Story. Da geht ihr hier etwas oberhalb auf den Berg. Es ist relativ früh rum und um das Alturistenkult-Camp wird das UFO irgendwo spawnen. Morgen ist es ca. 8 Uhr, 9 Uhr sollte es denn spätestens da sein. Ich hoffe, ich konnte euch die aktuelle Location zeigen. Morgen früh gibt es die Location für den nächsten Tag. Und dann sehen wir uns auch bestimmt da auch wieder. Ich für mein Teil zeige ich euch jetzt noch ein bisschen was, wo man hier fotografieren könnte. Ist persönlich auch ganz nice. Und ich muss auch sagen, ich habe auch hier das Kürbis-T-Shirt und die Kürbis-Maske an. Muss man sagen, ich finde die ganz, ganz nice. War ganz interessant, das zu sammeln. Und ja, ich hoffe, dass es auch noch ein paar mehr unter euch gibt, die das haben. Ich für mein Teil, wenn dann jetzt auf jeden Fall mich erstmal verabschieden. Denn wenn euch das gefallen hat, lasst euch gerne ein Like da und gerne ein Abo da. Und natürlich ein Däumchen nach oben. Ich bin jetzt erstmal raus. Euer ZakaBis91. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.